Ja, Modern Dance werden wir uns zeigen. Wir haben in Berlin ja ganz tolle Turntalentschule gleich zwei. Und dementsprechend sind es die jungen Damen jetzt bei uns. Es sind neun Mädchen im Alter zwischen elf und 13 Jahren. Meine Damen und Herren, wir fangen nicht an, ohne ihren wärmenden Applaus. Also. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Musik 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 Wir haben direkt gelassen, komm in die Woche. Reihe 7, Reihe 8.